FIFA 12. Als das rauskam, hieß der amtierende deutsche Meister Borussia Dortmund. Auf dem Cover des Spiels waren Mats Hummels und Lukas Podolski drauf. Ich habe auf YouTube Ultimate Team Videos hochgeladen. Und generell war die Welt echt in Ordnung. Boah, und ich finde allein das hier ist echt nice gemacht. Und damit Servus oder so. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Retro FIFA. FIFA, dieses Mal in FIFA 12 und alleine dieses Menü, ne? Ich finde, das sieht schon gar nicht so verkehrt aus. Man kann hier auch direkt in die Trainings-Arena gehen. Mit so ein paar Animationen. Es gab damals auch so mehrere Trainings-Arenen, die dann unterschiedlich aussahen. Ich habe da so viel Zeit immer drin verbracht. Finde ich schon ein bisschen schade, dass es das in der Form in den neueren FIFA-Teilen nicht mehr gibt. Euch fällt vielleicht auf, dass ich da gerade mich selbst steuere und bei Crystal Palace spiele. Und das liegt tatsächlich daran, dass ich auch einfach noch mein uraltes Profil laden konnte. Das heißt, es sind hier tatsächlich auch noch meine ganzen alten Karriere-Modus-Spielstände mit drin. Unter anderem der hier bei Crystal Palace. Und den habe ich tatsächlich auf YouTube damals gezockt. Ich glaube noch auf meinem älteren Kanal. Aber ihr könnt ja mal gerne danach suchen auf YouTube. Vielleicht findet ihr es. Wir haben jetzt auf Start um 8.2012, haben wir tatsächlich auch nur eine Saison hier gespielt. Trotzdem finde ich es wahnsinnig interessant, mal in die Mannschaft reinzuschauen. Während ihr am besten jetzt mal einen Daumen reinhaut auf das Video. Im Tor ist ja irgend so ein Speroni. Dann kommt Cicinho. Der war, glaube ich, ein Ultimate-Team. Richtig geil. Deswegen habe ich den hier geholt. Forza. Ich glaube, der war mal bei Hoffenheim, oder? 90 Stärke. Nicht der allerlangsamste Win. Mit 96 Antin und 96 Sprintgeschwindigkeit als Innenverteidiger. Absolut krass. Klein war, glaube ich, von Haus aus bei Crystal Palace. Ist dann später zu Liverpool gegangen. Moritz Leitner war noch ein richtig, richtig krasses Talent. 19 Jahre alt. Dann haben wir einen gewissen Dyer. Der ist, glaube ich, auch sauschnell. Janscha. Auch damals habe ich schon voll viele Spieler auf eure Vorschläge hingeholt. Bin aber gespannt, ob irgendjemand dieses Video anschaut, der damals auch dabei war. Wilfried Saha. War damals noch 19 Jahre alt. Spiel den echt immer noch bei Crystal Palace. Dann haben wir irgendeinen so einen Quintero. Hans Sapa ist natürlich auf der Bank. Malangu, Redmond, Taylor, über den KSI damals ein ganzes Video gemacht hat. Rude Boy. Rude Boy. I'm a Rude Boy. Korsetsky, Scannell und so ein paar weitere Spieler. Da ganz unten bin auch auf einmal ich zu finden. Man konnte damals sogar extra das Gesicht einscannen. Deshalb sieht er zumindest halbwegs so aus wie ich. Zumindest wie damals. Was kann man hier sonst noch im Karrieremodus machen? Mannschaftsbericht. Das sieht eigentlich ganz nice aus. Sieht mal, wie viele Tore die Spieler geschossen haben. Wie viele Vorlagen und so weiter. Die Durchschnittsbewertung. Der Mannschaftsrang. Okay, ist irgendwie relativ ähnlich zu dem, was wir gerade hatten. Verletztenliste, Verträge, Trikotnummern. Bei den Transfers kann man natürlich Spieler kaufen, verkaufen, den Verhandlungsverlauf anschauen. Ey, wie viele Transfers habe ich da denn bitte getätigt? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Und das alles in einer einzigen Saison. Da ist auch Stefan El-Sharavi mit dabei. Den ich aber komischerweise nirgends gesehen habe. Budgetzuweisung haben wir noch. Das ist das Feature, was mit FIFA 23 verschwinden wird. Ja, aber generell, da sind so viele Sachen halt immer noch so ähnlich wie heute. Perfektes Beispiel ist da die Nachwuchsabteilung. Da hat EA halt echt nahezu nichts dran verändert. Man kann hier immer noch so einen Scout anheuern. Die haben auch noch immer die ähnlichen Preise. Und dann schickt man hier halt in irgend so ein Land. Und ich meine, der Release von dem Game ist jetzt über 10 Jahre her. In den Kalender können wir reingehen. Hier so ein bisschen weiter simulieren, theoretisch. Wir starten dann natürlich später noch eine eigene Karriere. Ist eh klar. Aber jetzt erstmal müssen wir hier so ein bisschen reinschauen. Crystal Palace war damals auch in der zweiten Liga. Wir wurden Zweiter, sind also direkt aufgestiegen. Andere Ligen kann man sich auch anschauen. Wie ist denn da so die Bundesliga unterwegs? In der Premier League Manchester United Erster. In Frankreich Marseille. Da war PSG noch eine ganz andere Mannschaft. Und jetzt kommt Deutschland. Bayern Erster. Dortmund Zweiter. Der HSV auf der Drei. Schalke Fünfter. Das waren damals halt noch Top-Teams in der Bundesliga. Kaiserslautern war noch in der ersten Liga. Nürnberg haben wir hier. Ansonsten haben tatsächlich auch einige Teams, die da in der Realität auch mit dabei sind. Ich glaube, Hoffenheim war relativ neu in der ersten Liga. Und Hannover 96 hat 51 Punkte gewollt. Richtig, richtig wild. Wir gehen jetzt noch die restlichen Ligen ganz schnell durch. Mit den Niederlanden, mit Norwegen, mit Polen, mit Portugal, Russland, Schottland. Da sieht man auch generell so, welche Ligen mit dabei waren. Ich glaube, es sind schon ein bisschen weniger als heute. Die Schweiz, USA, Mexiko, Australien, Korea, Brasilien war halt vollständig lizenziert. Das ist schon echt ganz nice. Und dann sind wir wieder bei Österreich angekommen. Ich glaube, das war die erste Liga. Ja, und so viel mehr gibt es da gar nicht. Ich kann auch auf meine Karriere gehen, aber da gibt es nicht so viel zu sehen, weil wir ja nur eine Saison gespielt haben. Deshalb war es das erstmal von hier. Sowas wie Ultimate Team kann ich euch leider nicht zeigen, weil die Server natürlich down sind. Also gehen wir direkt rein in die nächste Karriere von damals. Denn ich hatte da auch eine mit dem FC Bayern am Laufen. Habt ihr aber scheinbar kaum gespielt, weil da bin ich immer noch am 14. August 2011. Ey, aber allein diese Bilder, ne? Da mit Van Beuten, Arjen Robben. Ich glaube, Olic ist es. Ein junger Thomas Müller. Badstuber, Butt im Tor. Und ungefähr so wird die Mannschaft hier auch aussehen. Der Kader ist FC Bayern mit neuer. Rafinha, Boateng, Badstuber, Philipp Lahm. Gustavo, Schweinsteiger, Mario Gomez. Breno, der schmiert, dass sein Haus abgefackelt hat. Die Moschuk. Ich selbst bin mal wieder mit dabei. Daniel Branjic. Was ist das für eine Mannschaft? Ich glaube, den habe ich aber dazu geholt. Also so ein paar Transfers sind natürlich dann schon mit am Start. Usami Alaba war noch richtig, richtig jung. 19 Jahre alt. Contento. Den habe wahrscheinlich dann wieder ich geholt. Taylor musste irgendwie immer verpflichtet werden. Das sorgt dafür, dass ich mir die ganzen anderen Bundesliga-Teams jetzt auch anschauen will. Normalerweise, wenn ich hier auf Spieler kaufen gehe, dann soll ich die doch irgendwie suchen können. Ja, genau. Man kann ja die Liga einstellen. Da gehen wir auf die Bundesliga. Und fangen mal bei Kaiserslautern an. Was kommen jetzt bitte für Legenden? Okay, der beste Spieler bei den Christian Tiffer. Dann kommt Kevin Trapp. Schächter, Sippel, Zimonek. Aber so von den Gesamtstärken her sieht man schon, warum die jetzt nicht so gut unterwegs waren in der ersten Liga. Aber immerhin waren sie mit dabei. Weiter geht es dann mit dem ersten FC Kai Lukas Podolski. Die hat eine 84 und ist mit Abstand der beste Spieler bei denen im Team. Wen haben wir sonst so? Freis Christian Clemens. Also es sind schon echt viele Namen dabei, die einem was sagen. Aber jetzt so spontan hätte ich die niemals von mir aus aufzählen können, die ganzen Spieler. Timmy Simmons, Raphael Schäfer. Was eine Nürnberger Legende. Oh, Herr, auch Pinola eine Riesenlegende. Wollscheid war, glaube ich, ein richtig krasses Talent so zu der Zeit. Da dachte man echt, aus dem könnte was werden. Aber nein, hat man dann nichts mehr gehört von ihm. Keine Ahnung, was der genau gemacht hat. Wir machen weiter mit Mainz. Kakao war bei Mainz. Der war doch immer nur bei Stuttgart, oder? Also es sind ja auch hier ein bisschen in der Zeit vorangeschritten. Aber es könnte sein, dass der ein oder andere Spieler gewechselt ist. Aber ich glaube nicht, dass Kakao mal bei Mainz war. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Maxim Chupomo-Ting, 22 Jahre alt. 70er Gesamtstärke. Ich glaube, Karius war dann auch noch ganz am Schluss. Wir haben hier Hoffenheim. Juan ist ihr bester Spieler. Dann kommt Obasi. Arne Friedrich. Also wie gesagt, da sind mit Sicherheit ein paar Transfers getätigt. Roberto Firmino. 19 Jahre alt. Eine 75er Gesamtstärke. Ibisevic. Sigurdsson. Sebastian Rudi. Was ist das für eine Frisur bitte, Kollege? Tobias Weiß. Edson. Bravheit. Bayern-Legende. Knowledge Musona. Okay. Sven Schiplock. Dominik Kaiser. Und so ein paar Talente, die jetzt aber auch gar nicht mehr so jung sind. Bayer Leverkusen mit René Adler. 85er war, glaube ich, beim FIFA-Teil davor auf dem Cover. Dann mit Simon Rolf ist Michael Ballack mit 34 Jahren. André Apfelschürle. Marco Marien. Der aber doch nie bei Leverkusen war, oder? Der war doch immer nur bei Bremen in der Bundesliga. Aber auch da wahrscheinlich halt einfach transferiert worden. Im Laufe dieser Karriere. Es soll ja vorkommen. Deshalb wundert euch nicht, wenn da jetzt nicht alles zu 100% stimmt. Kari Belarabi. Hat da, glaube ich, ein Braunschweigt-Trikot an, oder? Ist auf jeden Fall relativ neu da bei Leverkusen. Wahrscheinlich mit 21 Jahren. Und dann 67er-Gesamtstärke Borussia Dortmund. Wie gesagt, amtierender Meister damals. Und Götze hat mit 19 Jahren eine 85. Also der war halt das geisterkrankeste Talent. Man dachte echt, das ist der nächste Lionel Messi. Und ich glaube, wir machen nachher dann auch noch eine Karriere mit Dortmund. Also starten natürlich unsere eigene. Aber jetzt erstmal muss ich hier die ganzen Spieler durchschauen. Bleibt mir ja gar nichts anderes übrig. Wir haben Schmelzer. Wir haben Piszczek. Wir haben Zidane. Wir haben Felipe Santana. Wir haben Patrick Obomoyela. Das ist hier echt eine Legende nach der anderen. Also zumindest so aus Dortmund-Sicht auf alle Fälle. So was den ganzen oberen Bereich hier angeht. Borussia Mönchengladbach. Wer da so gespielt? Marco Reus noch. Mit 22 Jahren. Dante. Igor de Camargo. Marc. André Terstegen. Arango. Stranzl. Raoul Bobadier. Der dann später bei Augsburg, glaube ich, noch richtig, richtig stark war. Brauers. Heimaro. Torben. Marx. Janschke. Schon mit dabei. Aber halt noch richtig, richtig jung gewesen. Wir haben Patrick Herrmann mit 20 Jahren. Wir haben Armin Juns mit 18. Das ist schon krass, wie viele Spieler da auch teilweise so zu sehen sind, die dann auch richtig jung waren, die in echt dann schon eigentlich auch eine ganz ordentliche Karriere hingelegt haben. Aber gut, irgendwoher müssen die Spieler herkommen. Wir haben Jansch hier bei Augsburg als besten Spieler. Also Augsburg jetzt schon auch nicht ganz so gut. Muss man ganz ehrlich sagen, das ist eine verhältnismäßig ziemlich, ziemlich schlechte Mannschaft. Wenn man es so mit dem Rest vergleicht, was wir da jetzt so gesehen haben. Das war der FCA. Dann kommt Schalke, damals mit Jefferson Verfahren, Klaasian Hünteler und Raul. Senior Raul mit 34 Jahren, aber der war trotzdem so gut, ne? Also diese Offensive. Das sind solche Flashbacks jetzt für Schalke-Fans. Benni Höwedes, Luis Holtby, Christoph Metzelder, Jones, Fuchs, Papadopoulos, Alexander Baumjohann, der glaube ich vorher noch beim FC Bayern war. Ralf Fehrmann ist 22 Jahre alt. Matip ist hier mit 20, Julian Draxler mit 17. Ey, es ist so wild, diese Kader. Und das macht so Bock, die einfach durchzuschauen. Und ich hoffe, ihr habt da genauso viel Freude und ich langweile euch jetzt nicht. Aber ich finde, es ist mit das Nice, dass da einfach so die alten Teams hier durchzugehen. Wir sehen da Markus Berg, wir sehen Heung-Minson beim HSV mit 19 Jahren. Was ist bitte aus dem für ein Spieler geworden? Das ist so, so krass. Also man sieht hier auch einige verschwendete Talente, aber man sieht eben auch die Talente, die wirklich groß rausgekommen sind. Sila, Veloso, Abdellahue, Jaco, Nan. Allein diese Gesamtstärken hier bei Hannover 96, das kann man sich in echt halt 0,0 vorstellen, dass die so gut sind. Christian Schulz, Cerundolo. Let's go Lars Stindl mit 22 Jahren. Christian Panda, was hat denn der für einen linken Huf? Also es sind schon viele Spieler dabei, die mir auch was sagen. Moritz Stoppelkampf, was hast du mit deinen Haaren gemacht? Also ich meine, die Frisur ist gar nicht so weit weg von meiner, aber seines sind halt irgendwie noch viel, viel länger, wie die da nach oben stehen. Die Hertha mit Raphael, Adrian Ramos, Heinz Müller, Patrick Ebert, Mike Franz, Thomas Kraft, Andi Ottel. Warte mal, bei der Hertha? Ich wusste es gar nicht, vielleicht habe ich ihn aber auch dahin verkauft. Wir haben Christian Lell, der war auf alle Fälle bei der Hertha, weil der hat, glaube ich, auch ein Hertha-Trikot an auf seinem Bild. Das macht das Ganze leichter zu sehen. Was war die Hertha jetzt nicht so stark? Freiburg. Papi Stemba, sie seht ihr dann in die Premier League gewechselt und da so stark war. So kranke Tore geschossen hat. Wen haben wir hier sonst? Antonio da Silva, Anton Puzzila, Johannes Flum, Daniel Kalicciuri hat mit 23 nur eine 69 gehabt. War aber halt schon bei Freiburg, hat sich dann aber scheinbar richtig, richtig gut entwickelt noch. So ein Late-Bloomer oder wie auch immer man da sagen möchte. Bevor wir auch bei Stuttgart, wir kommen schon langsam zum Ende mit Taski, Hainal, Gebhardt, Pogrebniak, Martin Hanequist, Schieber. Kevin Großkreuz ist hier bei Stuttgart, der war aber safe nie bei Stuttgart, der war immer nur bei Dortmund. Also die haben den hier scheinbar gekauft. Sehr interessanter Deal dafür, den VfB Stuttgart. Wolfsburg mit Benaglio als besten Spieler. Alexander Klepp. Mario Manchukic mit 25 Jahren. Wir haben Helmets, Tresch, Schäfer, Thomas Hitzelsberger. Der war auch gar nicht so gut. Und der Hassan Saliamicic, Braco höchstpersönlich mit 34 Jahren und der 74er Gesamtstärke beim VfL Wolfsburg. Den haben wir ja sonst noch, kennt man da irgendjemanden, Sebastian Polter. Den kennt man tatsächlich, mittlerweile Spieler bei Schalke in der 1. Liga. Wer da Bremen? Tim Wiese, ey, wie gut Bremen damals auch war. Mit Claudio Pizarro, mit Naldo. Gut, so ihre Top-Zeiten. Die von Bremen waren da schon auch vorbei. Das darf man jetzt auch nicht falsch einschätzen. Marco Arnautovic, Ekici, Clemens, Fritz, Badfriede, Rosenberg. Diese ganzen Namen, ne? Es ist so nice. Sandro Wagner darf man nicht übersehen. Felix Kroos, der Bruder von Tonikos. Und ja, ich kann jetzt hier nicht jeden Namen aufzählen, ne? Wir sind wieder am Anfang angekommen. Es ist so krass, wie viele Spieler da dabei sind, an die ich mich noch so krass erinnern kann. Aber das ist halt auch mit so das Nicest, habe ich vorhin schon gesagt, wenn man so alte FIFA-Teile durchschaut. Aber jetzt, wie versprochen, starten wir noch unsere ganz eigene neue Karriere in FIFA 12. Hier konnte man Spieler, Manager und Spielertrainer sein. Keine Ahnung, warum es das in neueren FIFA-Teilen nicht gibt. Würde so manche Probleme der Spielerkarriere lösen, wenn man einfach selbst aufstellen könnte. Wie erwähnt, wir gehen zu Borussia Dortmund, weil die damals eben amtierender Deutscher Meister waren. Für so einen Einstellungen werde ich nicht großartig irgendwas ändern. Den Trainer benenne ich natürlich nach mir. Man konnte damals eine Vorstandsschwierigkeit einstellen. Das hat auch ein echt nices Feature. Wir werden jetzt aber was sehr Einfaches nehmen. Einfach mal Amateur, damit wir möglichst viel Geld haben, das wir dann raushauen können. Und da sind wir auch schon angekommen. Also so viel passiert da vorher gar nicht. Testspiele werden automatisch für einen ausgemacht. Ich weiß gar nicht, was der erste für einen ist. Der zweite ist auf alle Fälle Mallorca. Die Mannschaft kennen wir ja schon, haben wir uns vorhin angeschaut. Da werde ich jetzt auch gar nicht so viel umstellen. Wobei es mich schon wundert, dass Lewandowski nur auf der Bank ist. Aber ich glaube, das war damals einfach so. Da war der nur zweiter Stürmer von Dortmund. Und was wir auf alle Fälle jetzt mal machen möchten, ist ein Transfer tätigen. Hier einen Spieler kaufen. Verkaufen juckt mich jetzt nicht so. Die große Frage ist halt, was können wir mit unseren 23,5 Millionen alles verpflichten? Soll dann schon ein Spieler bei mindestens einer 85 sein, der uns auch richtig krass weiterhilft. Maximaler Marktwert, 25 Mio. Und dann findet man hier Spieler wie Frank Lampard, Stephen Gerrard, Rio Ferdinand, Philipp Lahm, Puyol, Di Natale, Masquerado. Das ist halt wirklich eine Legende nach der anderen. Das ist so krass. Schaut euch diese Namen an. Wie viele auch jetzt Ultimate Team Karten haben von den Spielern. Das ist richtig, richtig wild. Mit Lucio hier auch noch mit dabei. Sergio Ramos, der da noch ein Rechtsverteidiger war. Pepe, Loris, Julio Cesar. Und irgendeinen davon sollte ich jetzt verpflichten. Und ich hätte schon am liebsten irgendwie so einen Offensivspieler, den ich dann gemeinsam mit Lewandowski aufstellen kann. Da können wir doch dann eigentlich auf den Bayern-Schreck gehen. Didier Drogba war genau so ein Brauch Dortmund. Ja, hier für die kommenden Saisons. Und er hat auch nur einen Marktwert von 14,5 Millionen. Dann biete ich doch einfach mal hier direkt den Marktwert. Und wie funktioniert das jetzt hier? Ich drücke auf Weiter. Nationales Pokalziel, Liga-Ziel. Der Transfermarkt ist offen. Boah, und wie schnell man hier durchkommt, ne? Das ist schon richtig, richtig nice. Die ganzen alten Nachrichten werden sofort gelöscht. Ich meine, das wäre nicht immer perfekt jetzt bei FIFA 22 oder 23. Aber ich würde es schon echt ganz nice finden, wenn man hier nicht immer ewig lang rumtun muss. Okay, ich dachte erst, das steht abgelehnt. Aber wir haben einfach nur das Angebot gemacht. Ja, jetzt steht abgelehnt da. Das war ihm zu wenig. Steht da irgendeinen Grund dabei? In seinem aktuellen Verein ist er ein Star. Dieser Wechsel passt ihm nicht. Er ist mir doch egal. Ich erinnere mich noch daran. Man muss nur die Torprämie hochschrauben. Und dann auf einmal will er wahrscheinlich doch zu mir. Und ist doch kein so großer Star mehr. Bei seinem Verein. Ende der Verhandlungen. Als ob Drogba jetzt zu Lazio gewechselt ist. Was ist das denn? Geht der bei ihm zu Lazio rum? Drogba sagt Borussia Dortmund ab. Boah, das tut natürlich weh. Jetzt müssen wir eigentlich einen anderen Spieler holen. Okay, die Suche ist aber hier immer noch da. Und wie gesagt, Offensivspieler. Wie wäre es dann mit Antonio Di Natale? Der für seinen Alter aber echt ganz schön viel Geld kostet. Aber gut, hauen wir raus. Juckt uns ja eh nicht. Und dann hoffen wir mal, dass wir den Kollegen bekommen. Angebot abgelehnt. Zu niedrig. Dann machen wir da eben ein bisschen mehr draus. Von mir aus 18,5. Wir haben es ja. Bevor die aber antworten, steht jetzt das erste Testspiel an. Was wir natürlich simulieren werden. Bis vor kurzem war die Simulation halt auch noch genauso. Nur, dass man hier jetzt auch live mitverfolgen kann, was passiert. Muss man halt schon sagen, die Simulation in FIFA 22 ist schon nochmal deutlich nicer. Das ist einfach Nizza, oder was, der Verein? Da haben wir jetzt nochmal einen ganz anderen Logo. Auch der Verein heißt ein bisschen anders. Wir überspringen das Ganze jetzt mal. Gewinnt 2 zu 1 dank Kagawa, der in der 89. trifft. Und jetzt warten wir auf unsere Antwort. Schon wieder zu niedrig. Sie wollen 24 Millionen. Seid ihr komplett verrückt? Ich meine, ich glaube, das könnten wir uns sogar noch gerade so leisten. Ich meine, 22,5 ein bisschen verhandeln muss man ja doch. Das ist ihnen dann aber wieder zu niedrig. Der HSV bietet 5,5 für Schmelzer. Ich werde hier aber jetzt niemanden verkaufen. Weil ich glaube nicht, dass es irgendwas bringt. Ich finde das aber schon richtig cool, wie schnell man hier so durchs Menü kommt. Also man kann so schnell die ganzen Transfers tätigen und so weiter. Boah, aber 24 Millionen kann ich nicht bieten, oder was? Muss ich da jetzt erst mal ein Budget verschieben, damit das möglich ist. Also so viel Gehaltsbudget brauchen wir natürlich nicht. Jetzt wieder zum Verhandlungsverlauf. Transfersbudget verbessern. Wir wollten 24 Mio. Wir geben ihm 24 Mio. Ich glaube, dann sagen die auch auf alle Fälle ja. Das nächste Angebot für Schmelzer. Nein. Die nächste simulierte Partie. Spielen wir 1 zu 1. Jawohl. Und jetzt wird das Angebot akzeptiert. Jetzt lassen wir doch endlich mal einen Spieler verpflichten. Das ist echt nicht so einfach hier. 140.000. Da gehen wir rein. Was sagt die Natale dazu? Erstmal müssen wir wieder ein Angebot für Schmelzer ablehnen. Und jetzt lehnt er das auch wieder ab. Das gibt es doch nicht. Er ist auch wieder ein Star. Und jetzt hoffe ich mal, dass dieses Mal nicht irgendwie Lazio daherkommt. Und uns den nächsten Spieler vor der Nase wegschnappt. Drittes Testspiel ist glaube ich das letzte gegen Inter. Schaut euch die Mannschaft von Inter an. Das ist so eine Legenden-Truppe. 1 zu 1. Jawohl. Und jetzt wird es endlich akzeptiert. Antonio, die Natale wechselt zu Borussia Dortmund. Neuer Spieler kommt. Die Frage ist, ist der jetzt direkt hier so im Kader? Kann ich den jetzt direkt aufstellen? Tatsächlich, da ist er mit seiner 86 mit eigentlich auch echt ganz guten Stats. Der kommt hier rein in die Mannschaft. Dann würde ich sagen, irgendjemand muss ich jetzt hier doch rauswerfen. Kommt der jetzt rein hier in die Mannschaft für Kevin Großkreuz. Den ich aber mindestens auf die Bank setze. Dann passen wir die Formation entsprechend an. Ich glaube so ein 4-2-2-2 würde da ganz gut passen. Dann können wir vorne drin mit Barrios und die Natale spielen. Und Lewandowski bleibt einfach auf der Bank sitzen. Kehl kommt dann noch ins defensive Mittelfeld. Für Gündogan. Einfach damit wir richtig, richtig krasse Abräume hier haben. Dann Götze, Kagawa und vorne drin die Natale und Barrios. Ich glaube das ist eine echt sehr, sehr nice Aufstellung. Ich werde auch auf alle Fälle jetzt noch ein Spiel machen. Ich meine das muss ich tun. Und der Gegner ist der Hamburger Sportverein. Rechts sieht man die ganzen Wechsel. Koscielny ist zu Bayern gegangen. Kaka ist gewechselt. David Silva. Özil zu Manchester United. Das ist so verrückt mit den ganzen Spielernamen. Ich fühle es so extrem. Genauso wie ich es fühle. Jetzt noch eine Partie selbst zu zocken. Die Spieler wärmen sich auf. Ich glaube der HSV ist auch echt ein geiler Gegner. Ey wie nice ist das denn bitte? Jetzt kann man hier noch einfach so aufs Tor schießen im vollen Stadion. Das sind so Dinge, die habe ich damals so extrem gefühlt. Ich finde das sieht auch verdammt cool aus einfach. Das wäre mal ganz schön warm, wenn wir das Tor treffen können. Aber vielleicht ist er einfach rechtsfluss. Und das ist das Problem. Wenn er mit rechts schießt, dann trifft er auch nicht. Na gut gehen wir einfach rein ins Spiel. Schaut uns an wie das Ganze hier außer Bundesliga. Wir sehen zuerst hier irgend so eine Rückblende. Borussia Dortmund. Es war auf alle Fälle Götze zu keine Ahnung wem. Vielleicht Piszczek oder so. Dann eine Szene für den HSV. Und jetzt geht das hier auseinander. Und wir sehen das Stadion Signal Iduna Park. Der ist auch schon im Spiel drin gewesen. Da ist er Antonio Di Natale. Unsere Neuverpflichtung neben Mario Götze. Und ich finde das sieht alles gar nicht so schlecht aus. Ich zocke jetzt auf den PC. Ich habe einfach mal die höchsten Grafikeinstellungen aktiviert. Und so gehen wir das Ganze an. Die Startelfs. Und so müssen wir jetzt nicht mehr anschauen. Die kennen wir eigentlich schon ganz gut. Und damit gehen wir rein ins Gameplay. Das große Problem ist, dass die Steuerung halt schon ganz anders ist. Also so passen und so gar kein Problem. Aber sprinten ist zum Beispiel auf einem anderen Knopf. Also erwartet hier jetzt kein krasses Gameplay. Schwierigkeit ist Profi. Also theoretisch soll es schon machbar sein. Mal schauen. Bis hierhin ist das eine reine Defensivschlacht für mich. Jetzt vielleicht mal ein Konter. Boah, was ist das für ein Steilpass von Dina Tal. Da sollte eigentlich eine ganz andere Lücke gespielt sein. Also es ist echt wild, wie gut der Computer verteidigt. Für das, dass das hier Schwierigkeit Profi sein soll. Ich will eigentlich schon unbedingt ein Tor schießen. In diesem Video, aber die verteidigen das. Das ist so krass. Absolutes Ballwerk da beim HSV. Wir haben aber auch einen Mats Hummels, der krank abräumt. Ja, 0 zu 0 zur Pause. Also ich tue mich so dermaßen schwer. Immerhin bekomme ich alles halbwegs verteidigt. Das hier war die einzige Torschuss. Die war schon riesengroß. Dafür im Laden Petric. Das war der einzige Schuss bisher in dem Spiel. Ansonsten ist da einfach gar nichts passiert. Vielleicht muss ich ja jetzt doch einfach mal Robert Lewandowski einwechseln. Anwechselnd die Natale mit der Balleroberung scheitert dann aber. An Dropni ist es, glaube ich. Boah, und schon wieder holt er sich den Ball jetzt. Aber die Natale kommt nicht am Keeper vorbei. Aber der war auch schon zu nah da. Ich glaube, wenn ich geschossen hätte, hätte er ihn erst recht gehalten. Aber jetzt auf einmal sind es die Pressing-Momente, die hier für Torchancen sorgen. Aber ich glaube, ich bringe jetzt echt Lewandowski rein. Der kommt für Barrios. Der hat zwar eine 84, aber egal. Er schießt keine Tore. Und wenn man einen Lewandowski auf der Bank hat, dann muss der auch reinkommen. Vielleicht schießt der hier ja wirklich noch das entscheidende Tor. Kagawa, die Natale. Schaut euch an, wie eng das ist. Und wie zur Hölle soll man da bitte durchkommen? Lewandowski könnte flanken. Macht er nicht. Jetzt Hauptsache irgendwie ein Ballbesitz bleiben. In den 16er passen. Was eine schlechte Annahme von Götze. Irgendwie holt er sich den nochmal zurück. Und ein Spiel an grausamen Pass. So, die einzigen Chancen, die ich mir rausgespielt habe, waren irgendwelche Balleroberungen. Wo ich dann nicht mehr viel machen musste. Jetzt Götze läuft durchs Mittelfeld. Das sollte ein hoher Stalper sein. Den er dabei einfach in den Mann spielt. Jetzt sind wir schon in der 78. Minute. Ich glaube schon langsam echt nicht mehr dran, dass das hier was werden kann mit dem Tor. Lewandowski. Das ist Götze. Der ist doch eigentlich schnell. Aber gegen Dennis Aogo. Der kommt da nicht durch. Und jetzt geht uns die Zeit aus. Männer, komm. Irgendwie. Nicht mit solchen Pässen. Aber wir holen ihn uns zurück. Das ist Götze. Aber es kann nicht sein, dass hier jetzt einfach gar kein Tor fällt. Wir werden eigentlich schon sehen, wie das aussieht. Lewandowski geht vorbei. Bitte, Junge. Jawohl. Da ist es. Robert Lewandowski. 90. Minute. Ich glaube, ich muss jetzt hier irgendwas drücken, damit er überhaupt jubelt. Sonst wäre da einfach nur dumm rumgelaufen. Jawohl. Ich habe es geschafft. Ein Tor geschossen. In der allerletzten Minute mit dem linken Fuß. Und das ist natürlich ausgerechnet Robert Lewandowski. Jetzt müssen wir einfach nur noch ein bisschen verteidigen. Und dann sollten wir das Spiel auch gewinnen. Komm, Schiri. Du darfst gerne einfach abpfeifen. Boah. Gegen den HSV. Es war eine sehr, sehr schwere Geburt. Aber Hauptsache gewonnen. Die drei Punkte eingefahren. Das war mir halt extrem wichtig, dass wir noch irgendwie ein Tor schießen. Und das hat geklappt. Und damit würde ich sagen, das war es vom FIFA 12 Karrieremodus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst einen Daumen da. Jetzt irgendwie ein FIFA 22 Video hochzuladen fühlt sich auch irgendwie komisch an. Weil FIFA 23 halt echt nicht mehr weit weg ist. Da dachte ich mir, gehen wir einfach mal über zehn Jahre in die Vergangenheit. Bis zu FIFA 12. Und schauen uns das ein bisschen an. Aber keine Sorgen. Okay, die FIFA 23 Videos sind nicht mehr weit weg. Bis dahin. Oh ja. Also ich bin jetzt komplett ehrlich an der Stelle. Ich habe das Video gerade zum zweiten Mal aufgenommen. Ich habe das gestern schon mal aufgenommen. Das sollte eigentlich früher kommen. Aber dann hatte ich die Aufnahme fertig. Ziehe so die Aufnahmedatei in mein Schnittprogramm rein. Und dann war das ganze Gameplay einfach nur ein einziges Standbild. Und ihr könnt euch vorstellen, da verliert man so ein bisschen die Motivation.